Hallo, mein Name ist Freigast Fantassi und Sie sehen Free Art Online Academy News. Heute präsentieren wir, oder genau gesagt Pitching mal anders, eine der vielen Synopsen und Treatments von Andy Digger, der auf der Suche nach Investoren, Produzenten und Sponsoren ist. Entgegen den üblichen iranischen Filmemachern, welche die iranische Regierung, Rechtssysteme und soziale Probleme im Iran in ihren Filmen thematisieren und dafür auf europäischen und amerikanischen Filmfestivals gelobt werden, nimmt Andy Digger, der schweiz-iranische Drehbuchautor, Fotograf und Filmemacher, der mehr als die Hälfte seines Lebens in Europa verbrachte und die negativen und positiven Seiten der beiden Gesellschaftsmodelle intensiv kennt, die europäische Gesellschaft und deren Rechtssysteme in seinen Werken mit scharfen Augen unter die Lupe. Um die Basis zu schaffen, dass seine Werke auf Wissenschaft und Visionen in Kunst beruhen, musste er sich mit vielen Themen auseinandersetzen, verstehen und auf wissenschaftlicher Grundlage viele Recherchen durchführen. Er wollte auf keinen Fall etwas Konventionelles mit einer traditionellen Wissenschaft anfangen. Also legte er sich seinen eigenen, maßgeschneiderten, autodidaktischen Studienplan zu, der unter anderem folgende Themenkreise enthielt. Jura, Psychologie, Theologie, insbesondere Juden und Christentum, Ernährung, Geologie, Paläontologie, Biologie, Ökologie, Anthropologie und Genetik waren Inhalte seines persönlichen Curriculums. Er studierte autodidaktisch das, was Leben ist, war, sein wird und sein könnte, um so viele verschiedene Bereiche der Lebensgeschichte miteinander zu verbinden und zu verstehen. Aus dieser Essenz ist ein Ziel für seine Zukunft geworden. Seinen Studienplan hatte zur Folge, dass er zwar von vielem etwas wusste, aber nie alles. Vorsichtig ausgedrückt ist er ein Generalist und kein Spezialist in einem bestimmten Bereich. Andy Diggers Passion ist die Kunst, der Film und die Literatur. Es lohnt sich auch, die Projekte Nummer 1 bis 5 aus dieser Reihe anzusehen oder anzuhören. Hier Projekt Nummer 6. Synopsis von Andy Digger. Title Your Food, Your Religion. Du bist, was du isst. Aus dir wird, was du isst. Genre Dokumentarfilm. Runtime 90 Minuten. Lockline. Ein Dokumentarfilm über das Thema Essen. Der Film zeigt dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven und Aspekten. Historisch, genetisch, religiös, philosophisch und psychologisch. Es wird gezeigt, warum es wichtig ist, dass wir essen und was wir in uns aufnehmen. Wie wir das tun und wie wir es zubereiten. Je mehr man über das Essen weiß, desto besser kann man essen. Daher gibt es einen intensiven Zusammenhang zwischen Essen und Philosophie. Kurz gesagt, eine Reise durch die Geschichte unseres Essens von der Entdeckung des Feuers bis zum Induktionsherd und Molekularküche. Von der Evolution bis zur Induktion. Es stellt sich die Frage, wo führt uns das hin? Aussage Wunsch des Films? Essen heißt Wissen. Essen ist philosophisch. Your food is your religion. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.